Hallo, ich bin der Felix Kramer und ich spiele am 23. September im Folklub in Waldhofen an der Teier und ich freue mich schon. Ich bin Clara Felis, ich darf beim Salon Dieter auftreten und das ist voll schön, weil ich war vor zehn Jahren auch schon mal dabei und es war voll, voll, voll ein schönes Event und ich freue mich riesig darauf, dass ich dort wieder meine Texte vortragen darf. Kommt, ich freue mich. Wir sind Davidl und Lisa und wir spielen am 23. September im Ige. We're coming for you. Get prepared before the breakfast party you'll ever seen. Let's go. You 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 Vielen Dank.